So, weil momentan alle Videos darüber machen, mache ich heute auch eins. Wir sind heute in Haratsuki, im Kawaii Monster Café und ich bin nur gespannt, wie es im drin aussieht. Ich habe schon viele Videos gesehen, da sie das sehr viel zeigen und ja, wir waren gerade in der Schlange, es stehen viele Menschen an und wir lassen uns überraschen. Vielen Dank! So, wir stehen immer noch an, haben inzwischen das Menü bekommen. Wir können das Essen schon mal aussuchen, was wir essen wollen. Es gibt viele bunte Sachen und es ist wirklich schwer sich zu entscheiden. Vielen Dank! 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 Danke! Ich bin ich anstre dabei. Ich bin ich sagen. Es ist gut. Ich bin ich perfekt. Es tut mir einfach so Pfeiff. Ich fatsch. Das ist sehr. Ich bin ich nächste Woche. Ich bin ich esquerdo. Ich bin ich direkt an. Ich bin ich nicht mehr. Ich bin ich hier. So, ich habe jetzt meinen Teigstuhl-Bang und da wollte ich jetzt die Dach hineinmachen. So, eine schöne Farbe, das werden wir probieren. Interessant. Das oben ist französisch, kann ich gerade identifizieren, aber es ist wellig. Wenn was, was chritten, wenn du das? Was? Aber das war vielleicht nicht? Was? Was? Das war's. 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 Das war's.